Ja, das ist gut. So. Hallihallo. Ein Gefängnisausbruch. Ich kann mal etwas versuchen. Bastard. Bastard. Declan war ein echtes Sack. Er labert aber hier. Was ist das? So läuft das. Ja. Creech. Ich hasse schwarzer Bildschirm. Ich auch. Solange er nur bei dir schwarz ist. Bei dir nicht? Doch, bei mir im Moment auch. Voll. Aber wir hoffen einfach, dass du dann rausfliegst. Bei mir drinbleibst. Ich weiß warum das da ist. Ich hab mich erstmal auf Aufnahme gedrückt. Weil die anderen zwei nicht vergessen. Ah, Klicke hat. Ne, es geht. So. Okay. Let's go. Bevor er den Sträfling aus dem... gefunden ist. Backwater. Mach mal da abkürzer. Ja. Ja. Hm, du musst über deinen Enofluss. Na ja, hier. Ja. Oder? Ja. Eigentlich kann ich... Ne, wir sind ja eigentlich direkt da. Na Mensch. Mann, ich, Mensch, Mann. Mann, ich, Mann. Mann, ich, Mann. Mann, ich, Mann, ich, Mann. Mann, ich kann mich grad gar nicht so erinnern, aber... Ja, kann ich auch mit dir die. Ich glaub, es g圖t schon noch so... ...4N oder anderen, die man noch nicht hatte. Wahrscheinlich, ja. Ja. So, jetzt wo ich dich voll im Bild hätte, hätt ich mal auf die Frös fliegen können. Ne, 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 ich hab mich schon unter Kontrolle. Aber Nancy hat sich ja schon ein bisschen bemüht. Oh, den hätt ich beinah voll überdaufe gewählt. Ja, gib dich in das Polizeirevier. Ja. Na dann, gib dich. Hallihallo. Ja, hallo. Machen wir auch wieder schon mal. Ich weiß aber nicht, ob hier oder woanders. Ich muss hier auf den Gesetze sein. Jawoll, ihr lebt direkt voll los. Ich hab mal das Ganze abgekürzt. So, ah ja, da machen wir. Das sind aber eigentlich alle, das sind hier drauf, aber auch nicht alles zur Liste. Ah, ich hab die falsch aufgemacht. Okay, let's go. Freut sich wer anders. Dass er auch rauskommt. So, Gott, ich hab deine... Ich seh' jetzt grad gar nichts, was bei euch abgeht. Bei uns, äh, geht eine runter. Wir halten dir den Rücken frei. Okay, ich muss jetzt mit dem rauskommen. Ja, muss ja. Ich muss mich mit dem da hinten, glaub ich, verstecken gehen. Ja. Oh. Da kommen wir einig, ne? Fällt uns gar nicht auf. Halt, ne? Wir gehen so lang. Doch, zum versteckt. Doch, ich kann mich nochmal dran erinnern. Ja, ich weiß noch nicht, was er da hatte. Hm, genau, ja. Okay, it's here somewhere. Watch my back. Das war jetzt nicht nett, Kumpel. Bratze. Da war ein Sammelgegenstand. Ja. So, ihr seid dann versteckt. Ja, ich muss jetzt warten, bis der was anzeigt. So. Ist das super, dass ihr euch drum kümmert? Wenn das hier nicht mehr verstecken tun wollt. So, da war lang bei dem. Ich glaub, bei mir nicht in der Nähe sind. Ich glaub, bei mir nicht in der Nähe sind. Kann schon sein. So, aber mal kurz... Äh, 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 fast mal hoffen. Ja, war bei mir noch nicht da, aber... Ich muss mal kurz mal, äh, äh, Dualshock. Erkennt, bitte. Aber süß, Junge. So, ich bin soweit. Wir schützen den Städtchen und werden in einem Versteck. Äh, wollt ihr nicht mal hier mit drüber kommen? Vielleicht ist es daran, dass ihr nicht da seid. Wo die? Weil der steht hier nur vor der Tür. Der steht nur vor der Tür. Weil ich echt zu weit. Ja, anscheinend. Ja. Weiß ich nicht. Du musst ja in der Nähe bleiben. Ja. Steht mal so, du. Er hat mich grad angepöbelt. Ja, lass ihn doch mal ein bisschen... Weil der sucht ja noch nach seinem Versteck. Ja, ja. Der soll mal machen. Ich brauche noch mehr Zeit. Ich brauche noch etwas Zeit. Es geht mit dem ab. Ja, so ist er. Ups, mich stuhlt er rum. Ich hau den gleich aufs Maul. Ah, er hat... Mensch, hat ja ein bisschen gelauert. Ja. Ja. Genau. Er ist auch nicht zu schnell gestoppt. Er ist auch nicht zu schnell gestoppt. Hier ist noch irgendwo auf jeden Fall noch ein... Gut, auf geht's. Ich glaube ich. Hier vibriert es auf jeden Fall. Ja. Let's go. Oh. Oh, blöd mal schon. So, die 12 Cent muss ich nach hinten, oder? Oh. So, da kommen wir schon in den Eck hier. Ja. Soll ich weiterreiten oder kümmere ich euch? Ja. Gut. Ich halte den rücken frei. Ja. Sehr schön. Oh. Ich wünsche euch wild Spaß wünsche ich euch. Ja, ich bin gleich da. Ich bin dran. Ich glaube die ignorieren es Nancy und reiten einfach auf dich zu. Oh, ich mache das gut. Jo. Moooon ey. Oh, ich will auch was abballern. Achso. Achso. Achso, ich bin schon gleich da. So, die sind kaputt. Haha. I'll be damned. Yippee. Ich bin noch besucht. Perfekt. So, Danny ist dann auch fertig. Mal schon. Genau. Mal gucken was. Waren halt noch die. Ähm. Du, 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 du. Das haben wir. Naja. Heute werden wir. Achso. Kräuter kann man noch essen. 0,16. Ja. Super. Also wenn wir das noch nicht gemacht haben, essen wir Kräuter. Das ist direkt zu der Radien. Imieren. Oops.